Meine lieben Geschwister im Islam, dieses Thema, dieses Seminar ist sehr, sehr wichtig. Die Brüder haben schon auch oft das erwähnt, warum das so wichtig ist und so weiter. Was ich auch noch mal ganz kurz dazu sagen kann ist, diese Vorträge und diese Seminare über diese Themen sind meiner Meinung nach wichtig, also von meiner Perspektive, so wie ich das sehe, weil auf gut Deutsch gesagt, es gibt viel, viel, viel Müll da draußen. Es gibt viel, viel Schrott da draußen. Es gibt viel, viel Irreleitung da draußen. Deswegen muss man immer schauen, dass man die Leute zu einem Punkt bringt. Zu einem Punkt und das ist das Wissen. Und mit dem Wissen sind direkt die Gelehrten auch gemeint. Erstmal, was ist Wissen? ما هو العلم? Es gibt, wir können sagen, es gibt zwei Erklärungen. Das erste, die erste Erklärung, so wie die Salaf gesagt haben, العلم قال الله وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة, das Wissen. Allah sagt, Qur'an, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَاقَةِ Lass es wissen. Erstens. Und was auch damit verbunden ist. تفسير, معاني القرآن und so weiter. Tuy. Zweitens. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم Der Gesandte sagt Der Gesandte sagt Sahih al-Bukhari Sahih al-Muslim Sunan Abi Dawood Sunan Abi Majah Ibn Majah und so weiter und so fort. Dann Hadith Sahih ضعيف Moldo die Stufe des Hadiths. Dann die Erklärung des Hadiths. Der hat Genauso wie es Tafsir und Koran gibt von Ibn Kathir Rahimahullah Al-Tabari Rahimahullah Al-Qurtubi Rahimahullah Ibn Taymi Rahimahullah Er hat auch ein Tafsir gemacht Ibn Qayyim Rahimahullah So gibt es auch Tafsir Erklärung von Hadith. Bekannteste Tafsir von Hadith ist was? Wer kann mir sagen? Ganz bekannt? Fethul Bari Genau. Von wen? Von Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Dann gibt es zweite Zweite Erklärung ist Sharh Muslim von Imam Nawet Rahimahullah Das heißt Erklärung von Hadith Hadith darf man nicht einfach so nehmen. Viele denken man darf ein Hadith einfach so nehmen. Der Prophet Saussan sagt er sagt Augenblick dann musst du mit allen drei allen drei wissensarten zufrieden sein das problem was wir heute haben ist natürlich keiner leugnet al koran keiner wer den koran leugnet ist kaffir murtad war ja du bin keiner leugt die ahaditha zu präten sallallahu alaihi sallam aber viele unter anderem auch diejenigen die sie sich den menge dem weg der salaf zu schreiben leugnen die erklärung der sahabah du sagst in abdullahi abbas radiallahu anhu ma turjaman und koran haber und haber umma also der gelerte der umma der erklärer der übersetzer des koran sagt er sagt die abdullahi abbas ist auch nur ein mensch der kann auch fehler machen auzubillah aliratio anhu sag sagt ja der ist auch nicht ich sage ja das ist auch nur mensch omar sagt ja ist auch nur mensch und der ist nicht zufrieden mit mit der erklärung der sahabe vor allem wenn es um detaillierte großartige dinge geht in der religion sagt der scheich so und so hat gesagt du sagst sie nie abdullahi abbas hat er gesagt ist er ist ein scheich wissen dass abdullahi abbas nein aber abdullahi abbas auch nur mensch kann fehler machen und dann kommen wir zu diesen katastrophen warum weil man nicht alle aspekte des wissens akzeptiert und annimmt die zweite erklärung von lm ist al-ilm ist tiefes auswendig lernen reicht es damit jemand kann bukhari auswendig beziehungsweise die asanid von bukhari jemand kann den koran auswendig tafsir im kathir auswendig reicht das reicht nicht was fehlt ein gesundes verständnis weil wir haben heute oft betreffen leute die haben wir haben ein teil von wissen das heißt sie kennen sachen auswendig er hat sogar test gear von gelehrten aber was fehlt das gesunde verständnis fehlt und dann kommen katastrophen dann hört man mekka ist da koffer medina dann natürlich auch und dann hört man dies dann hat man der ist käfer der ist munafi der ist mutter der sind dich der ist so der ist so der ist so der ist mutter der ist hizbi der ist so und 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 warum weil man vielleicht einige dinge auswendig kann aber es fehlt das gesunde verständnis das gesunde was heißt das im gegenteil es gibt ein krankes verständnis möge er uns bewahren dann was ist ein gelehrter was ein alim ist ein gelehrter einer der einfach nur wo man youtube sieht als scheich das scheich von dieses wort diese titel scheich ist das ein 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 anhaltspunkt dafür dass man einen gelehrten ausmacht nein scheich nennt man auch im arabischen gebieten also in arabischen ländern sagt man zu einem größeren man sagt man schicht der schicht der schicht sagt man ja schicht ja schicht was meint man damit damit meint man einen älteren mann aber ein alim wie was ist ein alim ein alim ist eine ein gelehrter wo andere gelehrter sagen dass er ein gelehrter ist das ist die definition ein gelehrter ist jemand der nicht einfach nur auswendig mit johol wissen was mit johol ist was mit johol jemand der unbekannt ist heute heutzutage haben wieder sehr oft es kommt einer der sohn so abu imran al mujahid al furqan dies dass die al muhajir al allemal brasilian kaukasi und dann wo hat er gelernt achi der hat gelernt er hat gelernt achi ja der hat der hat bei doros und bin besser hat er gesessen masha allah ich habe auch in vorträgen von großen gelehrten gesessen heißt dass ich einen wissen habe ich bin ein jahr ich bin ein ami erreicht das das reicht nicht ein gelehrter ist einer wo die gelehrte sagen das ist ein gelehrter und die bekanntesten in unserer zeit und dazu komme ich auch später sind drei immer zu verletzt man die weiß was wer sind die drei großen imame unserer zeit wer als scheich muhammad nasrid din al albani rahimahullah al muhaddis wer noch das ist der erste der zweite muhammad ibn salih al ufaymin rahimahullah und dann der dritte al ab bạn abdelaziz bin abdelaziz bin abdelaziz bin abdelaziz bin abdelaziz bin cheikh bin baaz das sind die al imma tou thalafad so wie es in der zeit der salle wie viele imame gab die großen bekannten imame die sind vier welcher nein werич wie imam malik imam shafi abu hanifa und Imam Ahmad ibn Hanban Rahimahumullah Nein, nein Die vier Bekannten Gelehrte Genauso wie die vier in ihrer Zeit Bekannte und große Gelehrte waren So haben wir Heute diese drei Natürlich gibt es auch andere, die auch großes Wissen haben Aber diese drei sind herausgestochen So, stellt euch mal vor Jemand kommt und redet schlecht Über Abu Hanifa Sagt, Abu Hanifa ist ein Khariji Wird der anerkannt Bei den Leuten, wird man den anerkennen Jemand sagt, Malik ist ein Murji'i Wird man den annehmen Wie ist das, dass heute Jemand kommt und sagt, Al-Albani ist Murji'i Wie kommt das? Wie kommt das, dass heute jemand kommt Und sagt, bin Baaz, der war Palastgelehrte, wie kommt das? Guck Damals, wenn jemand Über Abu Hanifa redet Abu Hanifa Das ist ein Imam al-Faqih Malik, Imam al-Hijrah Ahmad, Imam al-Sabir Shafi'i al-Faqih Wenn jemand über die redet Wir sagen direkt, stopp Der ist nicht vertrauenswürdig Der attackiert die großen Imame Aber heute redet eine über Albani Und wir sagen Ja, Bruder Jeder hat seine Meinung Und jeder kann seine Meinung haben Ja, Khair insha'Allah Jemand redet über bin Baaz Rahimahullah Diese großen Berge Bin Baaz, Rahimahullah Wisst ihr, wer bin Baaz? Wie ist? Scheich und Islam Einmal eine Frau in Afrika im Dschungel Die haben der gesagt Die waren am Weinen gewesen Haben die gefragt, warum weinst du? Hat sie gesagt Sie hat gesagt Der rechtshafte Mann ist gestorben Und das war die Zeit Wo bin Baaz gestorben ist Haben sie gesagt Wie hast du das gewusst? Die lebt im Dschungel In Afrika Die sagt Ich habe das gewusst Weil kein Geld mehr Und keine Nahrung mehr Zu mir gekommen ist Allahu Akbar Abdulaziz bin Baaz Und dann kommt ein Ruwaibid Ein Un Ein Nichtsnutz Und redet über diesen Imam Und sagt Der ist so Der ist so Der hat große Schlimme Vertauer gegeben Und der ist so Und der ist Palast gelehrter Al-Albani Rahimahullah Al-Imam Al-Muhaddi Eine Frau ruft ihn an Und sagt zu ihm Ja Imam Ich habe einen Traum über dich gehabt Dann sagt er Was ist passiert? Sie sagt Ich habe geträumt Wie ich den Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Gesehen habe Und ich war am Balkon Und dann sagt er Assalamu alaikum Und ging in einen Garten rein Und danach kamst du Ja Imam Und dann sagtest du Wo ist der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Hingegangen Wir haben gesagt In den Garten Und dann bist du Zum Garten gegangen Und dann Weint er Und weint Und weint Und danach Irgendwann Man geht die Aufnahme So zu Ende Und dann kommt Und dann kommt jemand Und redet schlecht Über diesen Imam Wie kann man diese Leute Akzeptieren Das frage ich mich Das Problem ist nicht Bei den Leuten selber Die diese Imame attackieren Das Problem ist Bei dir Bei dir und mir Wie kann es sein Dass wir so einen Akzeptieren Nicht als Bruder Der ist unser Bruder Wenn ihm etwas passiert Etwas geschieht Wir verteidigen ihn Wir stehen an seiner Seite Aber wie kann es sein Dass wir Aussagen Von ihm In großartigen Dingen Akzeptieren Wie geht das Wie geht das Und er Attackiert so einen Imam Guck mal Ein Großgelehrter Und ein anderer Großgelehrter Er sagt Ich kenne keinen Gelehrteren Keinen der mehr Wissen hat Und auf dieser Erde Geht wie Al-Albani Mohammed Nasser Din Al-Albani Und dann kommt jemand Attackiert Und wie nehmen noch Von ihm an Ich sympathiere sie Mit ihm Mir gefallen seine Vorträge Das Mindeste Was man machen kann Das Mindeste Dass man nicht von ihm annimmt Dass man vorsichtig ist Wenn er schon Al-Albani Kritisieren Attackiert Wie ist es dann noch Mit anderen Dingen Großartigen Dingen Möge Allah Uns bewahren Erstmal eine Sache Makanul ulama Die Stellung Der Gelehrten Die Brüder Haben schon darüber geredet Ich werde InshaAllah Kurz darauf eingehen Allah S.W.T. 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 Das ist der Manaj Das ist der Manaj Die Allah S.W.T. Gibt im Koran Dann wisset Dass nichts anderes kommt Als ein Verbot Von dem ihr euch Fernhalten sollt Oder ein Gebot An dem ihr euch Halten sollt Und dann sagt Allah S.W.T. Gehorcht Allah Klar Sagt jemand Wir sollen Allah Nicht gehorchen Gehorcht den Gesandten S.W.T. Ist klar Und dann Wer sind Die Leute Die Befehlsgewalt Über euch haben Das sind zwei Arten Einmal die Herrscher Die muslimischen Herrscher Natürlich Kein Beschar Kelb Beschar Kelb Ist das ein Muslimischer Herrscher Wer ist der Meinung Dass Beschar Al Jahsch Ein muslimischer Herrscher ist Er ist ein Von Anfang an So Natürlich ist hier Der muslimische Herrscher gemeint Dann die zweite Gruppe Das sind die Gelehrten Al Ulema Allah S.W.T. 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 Wir sollen ihnen gehorchen Wir sollen ihnen gehorchen Aber das Problem Bei uns Warum gehorchen Wir nicht den Gelehrten Bei den Shabaab Ich spreche jetzt zu euch Eine Sache Die ich Beobachtet habe Bei vielen Die den Gelehrten Nicht gehorchen Die sie kritisieren Die sie attackieren Die das und das Es ist ein Problem Der Erziehung Wir sind Um es auf den Punkt zu bringen Ungezogene Kinder Wallahi Wir sind ungezogene Kinder Wir haben keine Erziehung genossen Weder zu Hause Noch woanders Noch bei den Gelehrten Weil der Gelehrte erzieht Auch Der Gelehrte erzieht dich Das erklärt der Prophet S.W.T. Er sagt In einem Hadith Sahih von Alabani Als Hassan eingestuft Also starke Also ein gesunder Hadith Ein authentischer Hadith Er sagt Leise minna men Men lam Yujillu kabirana Keiner ist Derjenige Ist nicht von uns Der nicht unsere Älteren achtet Und Wallahi Es fängt bei den Älteren an Nicht bei den Gelehrten Bei Älteren Ich war zum Beispiel Auf einer Reise Allah Allah Hat mir die Gunst gegeben Nach Shem zu reisen Möge Allah Uns allen den Sieg verschenken Und vor allem unseren Geschwistern dort Wir waren Und da war eine Lieferung Eine Lieferung von Medizin und Krankenwagen Und so weiter Al-Muhim Es sollte Allah Allem nach Hamz gehen Und dann waren wir am diskutieren Und so weiter Sollen wir sollen nicht Habe ich gesagt Zu einem Bruder Hab ich gesagt Frag diesen Mann Ein älterer Mann Auch aus Shem Ich habe gesagt Frag ihn Sag dann Warum soll ich ihn fragen Warum soll ich ihn fragen Ich weiß dass der antwortet Das zeigt Kein Respekt zu den Älteren Oder ist das Respekt Ist das Respekt Wenn ich zu dir sage Frag Wissam Frag ihn Er ist älter als ich Und du sagst mir Oder du fragst Du sagst mir Frag den Bruder Sag der war Ich weiß seine Antwort Warum soll ich ihn fragen Ist das Adep Kelle So Dann ging das Dann ging das Dann ging das weiter Dann ging das weiter Am Ende musste Musste er ihn fragen Hat er gesagt Sollen wir Er hat gesagt Nein Geht nicht dahin Es ist zu gefährlich Subhanallah Guck mal Es fängt bei den Älteren an Hier sagt der Prophet Er sagt Wenn nicht Wenn nicht Unsere Älteren Ehrt Und dann sagt er Und der keine Barmädigkeit hat Gegenüber den Jüngeren von uns Von uns sagt er Von den Muslimen Und dann sagt er Und er ist nicht von uns Nicht von der Sunnah Nicht vom Manaj Der nicht Das Recht Des Gelehrten Unseres Gelehrten Achtet Was ist das Recht Des Gelehrten Hier sagt er Man sagt Die Gelehrten erklären Weil mein Vortrag heute ist Mein Thema ist Die Mitte im Folgen der Mit den Gelehrten Und das ist eine kleine Einleitung Hakkul Alimi Sagen hier die Gelehrten Dass man dem Gelehrten gehorcht Im Gehorsam Allah Subhanahu wa ta'ala Er wird Ihm wird gehorcht Wenn er Zu Gehorsam Allah Subhanahu wa ta'ala Ruft Und er wird gehorcht Also er wird gehorcht Wenn er etwas Befiehlt Guck mal Gelehrter Er gibt einen Befehl Er sagt Mach nicht Lehrter fein Er sagt Ifein Mach Oder mache nicht Man gehorcht ihm Das ist Hakkul Ulama Dann Wenn er Dir sagt Mache nicht Das heißt Er hält dich von einer Sünde ab Sag dir Mach diese Sünde nicht Und du haltst dich dran Das ist sein Hakk Der Gehorsam zu dem Gelehrten Ist der Gehorsam zu Allah Subhanahu wa ta'ala Und der Ungehorsam zu den Gelehrten Ist der Ungehorsam zu Allah Subhanahu wa ta'ala Guck mal wie Wie heftig Hakkul Alim Und wir sind wie der Bruder Ihm erwähnt hat Wir Kein Problem Der Schech Ach Achhi Von dem nehme ich nicht Warum Der hat Schlimme Vertauer Der hat falsche Vertauer Der hat nicht so viel Wissen Habt ihr überhaupt gelernt Hat Allah Die Gelehrten haben ihn widerlegt Oh Die Gelehrten haben ihn widerlegt Oh Hast du schon die Videos Und dann schickt ihr die Videos Tschup 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 Widerlegung von dem Tschup 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 Hast du ne 5, 6 links Du weißt nicht mehr Wohin Hier Hier Alle Gelehrte Diese Gelehrte Die haben ihn alle widerlegt Allah Al-Musta'al Allah Subhanahu wa ta'ala Sagt auch im Qur'an Das ist alles ein Weg Ein Weg zu unserem Thema Fas'alu ahle zhikri in kuntum La ta'alamun Solat al-Anbiya Fragt die Leute des Wissens Wenn ihr kein Wissen habt Und wir haben kein Wissen Wir haben kein Wissen Wir müssen sie fragen Wir müssen sie fragen Wir haben kein Wissen Achim Und dann Ein Hadith von Muhammad Sallallahu al-Sallam Auch gewaltig Ein Nabi Sallallahu al-Sallam Sagt in einem Hadith Der ist auch authentischer Er sagt Er beschreibt auch den Alim Die Ulema Er sagt Dieses Wissen Wird Bei jedem Khalaf Bei jeder Generation Von Treuen Getragen Von Treuen Er sagt Treuen Weil Allah Hashalillah Allah Subhanahu wa ta'ala Gibt nicht einfach so Irgendein Jahil Irgendein Mujrim Das Wissen Und dass er das verbreiten kann Das sind die Träger Die Zeugen Allahs Auf seiner Erde Und angefangen von wem Wenn wir über Gelehrten reden Von wem reden wir Angefangen von den Sahaba Die sind die ersten Gelehrten Danach die Tabi'un Und danach die Atba'at-Tabi'un Atba'at-Tabi'in Er sagt Treue Sagt er Treue Leute Was machen sie? Janfuna annu Tahrifal ghalin Guck mal Es gibt Was das Wissen Und die Gelehrten angeht Gibt es vier Gruppen Erstens Die Gläubigen Die Verständnisvollen Die Verständnis haben Die auch Wissen aneignen wollen Die Saubere Herzen haben Sauberes Verständnis Von denen Die auf Seite Jetzt bleiben nur noch Wie viel? Drei Okay Der Prophet Sasson Beschreibt diese drei Er sagt Janfuna annu Ay anil ilm Tahrifal ghalin Sie beseitigen Sie beseitigen Von dem Wissen Tahrifal ghalin Die Irreleitung Der Übertreiber Erste Gruppe Jetzt nach der Vierten Also die Vierte Haben wir Also die eine Gruppe Haben wir Auf Seite getan Jetzt die erste Gruppe Welche sind das? Die Übertreiber Al-Ghalin Wem sagt der Prophet Sasson Hier? Übertreiber Erste Gruppe Also bleiben nur noch Zwei Und die Verfälschung Der Verfälscher Der Falschen Die zweite Gruppe Sind wer? Die Verfälscher Die Falschen Die Shaiatin Diese ganzen Leute Die fallen in diesem In dieser Beschreibung Und dann sagt er Und das Verständnis Der Unwissenden Wie heißt die dritte Gruppe? Wir sind die dritte Die Unwissenden Das heißt Abgesehen von den gläubigen Muslime Die ein sauberes Herz Haben Die sich an die Gelehrten Halten Die sich an Wissen halten Haben wir drei Gruppen Das sind die Al-Ghalin Die Übertreiber Und dann die Mubtilun Die Fälscher Und die Falschen Und dann die Jahilun Die Unwissenden Und der Einzige Es gibt keinen Der die Gelehrten Attackiert Die anerkannten Und treuen Gelehrten Außer er ist ein Ein Jahil Oder ein Rali Ein Übertreiber Oder ein Mubtil Jemand der Die Religion Verfälschen will Einer von denen dreien Und merke dir das Wenn du jemanden siehst Der sagt Al-Albanis Murji'i Und ist Mubtadi'i Weil wenn er sagt Murji'i Das heißt Er ist ein Ein Erneuerer Das heißt Man darf von ihm Nicht annehmen In bestimmten Sachen Oder er sagt Nimm von den Albanien Nur Hadithwissenschaft Alles andere nicht Alles andere ist Der Katastrophe Aaudu Billah Oder er sagt Bin Beaz hat Falsche Vertauer gegeben Und Beaz Der wurde unterdrückt Und so Und der war ein schwacher Mann Oder er sagt Im Uthaymin War jemand Der war zu viel Mit den Palassen Mit den Herrschern Und so weiter Und der andere ist so Und der andere ist Tekfir Und der andere Und der andere ist Hezbi Und so weiter Wenn du jemanden hörst Wie er so redet Dann wisse Dass er einer von denen Von den dreien ist Kein Kein Vierter Einer von denen dreien Entweder ist ein Jahil Er muss Wissen an Eiken Und bei den Gelehrten sitzen Und er will die Religion Er sagt Das Verständnis Er geht Er geht's Irre Auch wenn er wissen hat Wie wir eben gesagt haben Er hat Koran ausländisch Er kennt die Ahadith ausländisch Aber er geht Irre Al-Boti Wer kennt Al-Boti Der ist gestorben Dieser Mufzi Der mit Assad war Und so Wer kennt den Hände hoch Ramadan Al-Boti Dieser Mann Der war mit Bashar Al-Jahsh Weil der heißt nicht Bashar Al-Assad Er heißt Bashar Al-Jahsh Dieser Mann Er war ein Gelehrter gewesen Mohammed Nasser Al-Alban Al-Himallah Hat auch mit ihm diskutiert Hatte er Wissen gehabt Er hat Wissen gehabt Al-Alban Er hat ihn auch bestätigt Er hat gesagt Er hat Wissen Hat ihn das davon War er ein Gelehrter Ein anerkannter Gelehrter Nein Warum Was hat er nicht Das Was haben wir gesagt Was hat er für ein Verständnis Katastrophe Da war ein Sophie gewesen Und hat am Ende Bevor er gestorben ist Bevor er Wallahu einem getötet wurde Von Bashar Al-Jahsh Wurde er getötet Und er hat dann Schlecht über die Leute geredet Die aufgestanden Und hat gesagt Das sind Man darf die töten Man soll die töten Und Er und seine Armesen Wie die Sahaba Und die Die aufgestanden sind Wie sie Guck mal Guck mal Guck mal Ein falsches Verständnis Wie das einführt Wohin das einführt Dass er das Rausgehen Die meisten sind normale Muslime Er sagt Und sie zu töten Ist Pflicht Und Uns zu helfen Sie zu töten Ist auch Pflicht Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal wohin Das führt Ein krankes Verständnis Und wenn wir uns an die Gelehrten nicht halten Und sie attackieren Und beleidigen Was ist dann? Sa'id ibn al-Jubayr Rahimahullah Einer der bekannten Schüler von Abdullah ibn al-Abba Er wurde gefragt Man sagt ihm Ja 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 Abba Abdillah Ma alamatu halakin nas Was ist das Zeichen Des Untergangs Der Menschen? Qal Iza halaka ulama'uhun Wenn Die Ulama zugrunde gehen Wenn die sterben Wenn die weg sind Dann ist Was? Dann ist Der Untergang der Ummah Der Muslime Al-Tahaui Rahimahullah Bekannt Zayn Aqida Guck mal was er Finde Guck mal was er Ein menheg Uns gibt Er sagt Wa'ulamau Wa'ulamau Salafi Min Sabeqin Wa'man Ba'ad Wa'man Ba'ad Ha'um Min Atta Be'in A'hlu Al-Khayri Wa' A'thari Min A'hlu Al-Khayri Wa'al-Athari Wa'ahli Al-Fiqhi Wa'ahli Al-Fiqhi Wa'al-Nazari La'yazkuru La'yudhkaruna Illa Bil Jamil Wa'man Thakarahum Bissu'in Fa'huwa Ala Ghayri Sabe'il Allahu A'kbar Tahaui Rahimahullah Erzakt Wa'ulamau Salafi Min Assabiqin Wa'man Ba'dahum Min Atta B'ayin Wa'ulam Wa'ulam Da'salafi Angifang Fon Abubakr Bissin So Abuburayra Bissin So A'ishah Undie Ngin Nakhin Zint Tabijoon Sajidi Ibn Al-Jubair Sajidi Ibn Al-Musayyib A'ta Mujahid Mukatil Al-Hasen Al-Basri Abubu Hanifa Malik Shafi A'hmad A'hlu Al-Khayri Wa'al-Athari Wa'ahli Al-Fiqhi Wa'ul-Nazari Er sagt Diese Leute Sind Leute Des Guten Und Leute Der Fußstapfen Und Leute Des Fiqh Des Verständnis Und Leute Des Nadar Der 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 Forschung La'yudh Korona Illa Biljamil Sie werden Erwähnt Werden sie erwähnt Ja Aber sie werden Nur mit dem Guten Erwähnt Sagt er Das ist eine Regel Die Gelehrten Der Al-Ussunna Werden nur mit dem Guten Erwähnt Nicht mit dem Schlechten Und derjenige Der über sie schlecht spricht Was sagt Taha'u Rahimahullah Wa'man Zakarahum Biso In Fahu Ala Gairis Sabin Derjenige Der sich schlecht Erwähnt Er sagt Wa'man Zakarahum Biso Weißt du was so ist Vielleicht sagt er Ja Der hat nicht so viel Wissen Ja Der hat hier und da Große Fehler Aber was dann mit einem Der sie attackiert Der sagt Der ist Murgi Der ist so Der ist so Der ist so Was sagt er Fahu'ala Gairi Sabin Der ist nicht auf dem Manaj Viele heute reden Manaj Manaj Der ist nicht auf dem Manaj Der ist so 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 Vertrauenswürdig Punkt Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema Die Mitte Es gibt immer zwei Extreme Und so haben wir euch zu einer Der sagt Das heißt Gerechtigkeit Gerecht Fair sein Man sagt auch Ahmad Ahmad Nabis Was sagt auch In einem Er sagt Ahmad Du merkst Das war Der übertreibt ein bisschen Glaube ich Der dreht ein bisschen ab Ein paar zu viele Jihad Filme Reingezogen Ein paar zu viele Jihad Videos Reingezogen Zwei, drei Uhr nachts Vier Uhr nachts Und dann wird sie verschlafen Oder andere Sorte Das ist komisch Das untertreibt ein bisschen Ja man muss die Gelehrten alles metaphorisch sehen Und die Gelehrten Ja Aber man muss immer Achten Man muss nicht alles nehmen Was sie sagen Weil die sind auch nur Menschen Die machen Fehler Und so Ja das ist nicht so Man kann auch den Islam so selber verstehen Und so Warum hat uns Allah einen Hakel gegeben Damit wir Hakel einsetzen Und man merkt das Man merkt Das ist untertrieben Der untertreibt Subhanallah Der ist Larifari bei dem Ich weiß nicht Was ist los mit dem Wallahi du merkst das Du merkst das Weil die Fitra Ist darauf eingestellt Und die Mitte ist in allen Dingen Die Mitte in den Gelehrten Ist unser Thema Aber in anderen Dingen auch Al-Jihad Al-Jihad ist ein Thema Worüber jeder gerne reden will Und Hubbul Jihad Al-Iman Die Liebe zum Jihad Ist vom Iman Keine Leute Wir wollen das nicht leuten Aber Dieses Thema gibt es auch wieder zwei Gruppen Die einen die übertreiben Der redet über Jihad 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 Der guckt sich nur Jihad Videos an Und gibt es Dikr bei ihm Nein Wer schläft Wer schläft Geregelt ist dass er immer um elf Betet Danach schläft bis vier Uhr Und auch noch mal Nachbetet Nur noch dass jeder der Und jeder der sagt Verdun Verdun Hala 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 Abstempeln Aber dann haben wir wieder den anderen extrem Sagt es gibt kein Jihad gibt es nicht nur wenn es das gibt und das sind wir gibt es nicht ist auch wieder der andere extrem und die mitte ist was zu sagen ja den jihad gibt es aber der regeln der hat das der tag und so weiter auch weil aber auch in den anderen dingen alles gibt manche die jahre 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 und subhanallah der miss der missachtet und vernachlässigt alle dinge die da drum sind assala ist das gebet wichtiger als ja oder nein ist das gebet wichtiger als jihad ja oder nein der beschäftigt sich mit diesen sachen und vernachlässigt das gebet vernachlässigt vernachlässigt sich selber und seine familie vernachlässigt die moschee geht nicht zum schließen nur zuhause kattab videos am reinziehen diesen mann aber das heißt nicht dass du die ganze zeit nur in dieses extrem gehst und auch den anderen extrem andere sache mehr er gibt es die einen die reden nur über mehr nur was hat durch maschallallah schönes thema das haupt thema bei den brüdern sie hat uns mehr da sind die zwei und kritisieren der ist so voll eine so das sind die drei haupt themen bei brüder wenn die sich treffen so jetzt gibt es hier einen übertreiben die reden nur darüber die reden oder darüber mehr er mehr er mehr er mehr er mehr er mehr mehr er mehr er mehr er mehr er mehr er zweiter dritte vierte fünfte sechste siebte 18 19 zehnte also scheiden und danach die sechs und danach nicht falsch kann sie scheiden und danach die fünfte danach die sechste und dann schädet sondern und dann gibt es die mütze in allen dingen und hier haben wir die gelehrten es gibt die einen die kritisieren attackieren worüber wir gerade geredet haben aber es gibt auch die anderen die was die übertreiben die halten fest an diesen gelehrten und folgen ihm blind ist das erlaubt das hat man nicht man muss folgen mit was mit wissen es gibt die einen die beschäftigen sich gar nicht mit wissen und es gibt die anderen beschäftigen sich nur mit wissen falsch zu sagen da er beschäftigt sich nur mit wissen was ist schlecht ist falsch aber behauptet sich er behauptet sich nur mit wissen und gelehrten zu beschäftigen aber im grunde genommen beschäftigt er sich nur mit den fehlern der anderen mit den fehlern der juhal mit den fehlern der gelehrten ist das richtig falsch was brauchen wir aber was unterscheidet uns von den christen und jude wir haben euch zu einer gerechten und zu der besten umma gemacht weil ihr in der mitte seit zwischen den juden und die christen was haben die juden gemacht sie haben ihre gelehrten zu göttern gemacht und sie haben ihre gelehrten und ihre menschen zu göttern neben allah gemacht sie haben ihre gelehrten und ihre menschen zu göttern neben allahs gemacht was haben die anderen gemacht die christen sie haben sie auf seite getan sie haben ihn nicht gefolgt sie haben nicht gehört und genauso gibt es in der geschichte ist dann weil das ist nichts neues heute wenn wir sehen eine attackierte gelehrten oder einer übertreibbaren gelehrten das ist nichts neues das ist schon alt wir haben zwei gruppen zwei übertreiber gruppen wir haben einmal die hauadit die hauadit was haben die gemacht sie haben die gelehrten auf seite getan haben sie attackiert haben sie gesagt sie haben gesagt diesen kuffar wir haben gesagt diese monatikon diesen dass die leben dunja die das 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 was haben sie noch gesagt sie haben gesagt und im allgemeinen die hauadit haben sozusagen auch einen weg der monatikon eingeschlagen warum was sagen die monatikon sie sagen allahs was sagt in surat baqara kalu anu'minu kama amana so fara sollen wir so glauben wie die dummen sie sehen die gelehrten als dumme sie sehen die gelehrten als unwissende obwohl sie wissende sind allahs war das sagt allah in hauadit sie sind die dummen diese monatikon die hauadit aber sie haben kein wissen lai alamon sagt allahs warne zahlen und dann haben wir wie die rauwafid was haben sie gemacht sie haben ihre gelehrten genommen und sie zu göttern gemacht sie haben übertrieben im folgen der gelehrten deswegen brauchen wir was aber was hat wir brauchen die mitte in allen dingen in allen dingen die ich auch erwähnt habe und vor allem in den bei den gelehrten in bezug auf den gelehrten man folgt den gelehrten aber nicht blind man wenn die gelehrten fehler machen nimmt man das nicht an aber man attackiert sie nicht das ist der manage das ist die mitte zwischen übertreibung und untertreibung und das ist die sache und abschließend bevor ich meinen vortrag beende gebe ich eine warnung an mich und an alle die zuhören und an alle die das sehen werden vor allem an den jenigen die die gelehrten kritisieren attackieren und beleidigen und sagen kaffir munafiq murzad und so weiter und oft sind das leute die sind medjhul der ist unbekannt mustalah al-hadith sagt euch das was mustalah al-hadith die wissenschaft ist al-hadith daif hassan sahih maudu das nennt man mustalah al-hadith die wissenschaft ist al-hadith man nimmt einen hadith man sagt ein hadith daif warum sagt man daif schwach weil in der belieferungskette ist jemand der ist der ist unbekannt da steht wakala rajulun min ehli mekka und ein mann aus mekka hat gesagt wer ist das gewesen wird der hadith angenommen der wird nicht angenommen und heute facebook abu murar каналalowany ins achti gedientilla pressen in schallah was ist sehr bekannt und ermirmat jul d if給 you waarom lebt man von ihnen an da steht vous jahre die stets kia heute kommt jemand internet beim youtube und dann nimmt man von ihm an ist er bekannt oder ist er mit juhl an erster stelle dies mit juhl warum nimmt man von ihnen an dann allah muss dann deswegen ein appell an mich an euch die aussagen von einem juhl werden nicht angenommen das heißt wenn jemand zu dir kommt von facebook oder besser gesagt facebook oder whatsapp oder keine ahnung wenn der dir schreibt ja der wissam hier hast du gesehen da 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 nimmst du das an oder nimmst du das nicht an du kennst ihn nicht da steht nur abo so und so und dessen eine freundesliste nimmst du an oder nimmst du nicht an ich will das von euch hören nimmst du an oder nimmst du nicht an warum der ist mit johle achi des unbekannt der kann lügen der kann ein monat sein der kann einen 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 käfer sein der ist gar kein muslim und er schreibt ihr tut er kann agent sein und zu guter letzt eine warnung an mich schon an euch vor allem an diese mit johlen an diese unbekannten an der bios eine warnung gibt er sagt ja man am an am an abelie sani o diejenigen die er glaubt mit euren zungen und der iman geht nicht in seinem herz sein der ist nur hier wenn er redet sagt so mache aber sein herz er sagt laut tabu muslimen lässt hat nicht über die muslime und folgt nicht ihren fehlern folgt nicht ihren ihren blößen folgt nicht ihren fehlern folgt nicht dann wird nach seinen fehlern suchen und wenn allah von jemanden nach seinen fehlern sucht dann wird er ihn bloß stehen auch wenn es in seinen eigenen vier wänden ist er sagt ja ein muslimin wie ist es dann noch mit einem der kritisiert die gelehrten hier sagt ja ein muslimin wie ist dann noch ein mit einem der die gelehrten der deren fehler sucht deswegen möge allahs kann als alle mich schon bewahren mich und euch bewahren und das soll eine warnung sein an mich schon an euch dass wir die gelehrten schätzen sie respektieren und sie lieben und sie verteidigen wenn jemand schlecht über diese drei imame redet dann wisse dass er einer von den dreien die wir eben erwähnt haben einer von den dreien ist und wenn er schlecht über diese gelehrte redet oder über andere anerkannte gelehrte dann musst du was sagen dann musst du was sagen weil derjenige der still ist über das gegenüber dem ungerechten ist selber ein ungerechter das war allahe an und stoffer allahe wajerzakum allahe khairan subhanakallam ab hamdikashan wa la ilahe illa an stoffer akutubu lege Walhamdulillahirrahmanirrahim